Platz 5 für die Kollegen des japanischen Fernsehens, die neue Wege beschritten. Platz 4 für unsere Kommentatoren für die Probe des Jahres. Soweit also als Einstimmung auf das Rennen unsere Vorspeise der Formel 1 Report. Das Hauptgericht, das servieren wir in wenigen Minuten. Michael Schumacher auf Startplatz 3, hinter den beiden Williams von Prost und Damon Hill. Und das dürfte schon am Start ganz spannend werden. Jetzt wäre gut gewesen, wenn du dann weitergerät. Warte, schon ernst? Ja. Das war aber jetzt wirklich wie hohen Wände nicht. Ich dachte, erzählst du mal was. Der Mann mit dem besonderen Dreh fuhr auf Platz 3. Andrea De Cesaris mit dem Boxenstopp der Saison. Das Ergebnis, eine zerlegte Radaufhängung, zwei zerbeulte Pressluftflaschen und 32 Minuten Aufräumarbeiten. Rang 2 für die Mädchen, die die Formel 1 Piloten vor jedem Rennen so außergewöhnlich vorstellen und sich einiges abgeguckt haben. Unsere Spitzenreiter die Streckenposten. Ungeschlagen, Stefan Schumacher, das Sturzkommando. Achten Sie mal auf die Nummer 12-628. Das Geburt, ein Streckenposten gibt nie auf. Mit Sprinterqualitäten suchte 12-628 den Anschluss, gab alles, doch es reichte nicht ganz. Aber dabei sein ist alles. Der Dank für eine spannende und unterhaltsame Formel-1-Saison gilt auch Ihnen, den Unbekannten, ohne die nichts gelaufen wäre. Also dann bis 1994. Die Hauptdarsteller haben das letzte Wort. Happy New Year. Everybody have an enjoyable time in 1994. Happy Christmas, everybody. Thanks for your support this year. We'll see you next year. Good, servus. Don't sing with us next to 1994. See you next year in RTL. Bye. It would be very nice to see you again. See you next year in RTL.